Hast du dir deinen Job wirklich so vorgestellt? Wohl eher nicht. Klarheit findest du vielleicht hier, aber nicht bei deinem Arbeitgeber. Aber hey, das muss nicht so sein, denn es geht auch anders. Wir sind Tree Finance und wir bieten Klarheit. Sie schafft Orientierung, schützt für Illusionen und ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns auf Augenhöhe treffen. Bei Tree Finance herrscht Klarheit. Als Berater arbeitest du operativ, aber auch konzeptionell. Das heißt, du bist auf zwei Ebenen unterwegs. Du übernimmst früh Verantwortung und arbeitest hierdurch aktiv an deiner Karriere. Ebenso klar. Du arbeitest für den Kunden. Das heißt, Interessen ganz unterschiedlicher Menschen und Branchen auszubalancieren, sollte dir Spaß machen. Und das heißt auch, du arbeitest beim Kunden vor Ort oder remote. Beides sollte zu dir passen. Bei uns erfährst du eine steile Lernkurve und wächst dabei als Persönlichkeit. Klar doch. Ja, wir sind sehr flexibel und schwer erfolgreich. Okay, damit sind wir nicht allein. Das sind die anderen auch. Aber wir sind eben ein ganzes Stück besser. Und wir kommunizieren es. Ja, ich weiß. Ist gut jetzt. Du bist neugierig und wirst mehr Klarheit? Dann bewirb dich doch einfach. Alles klar? Wir freuen uns schon auf dich.